Ja, zunächst mal sind wir natürlich froh, dass wir nach den letzten zwei Niederlagen, wo wir kein Tor geschossen haben, heute das Spiel gewinnen konnten. Haben ein bisschen umgestellt, haben die Flügel doppelt besetzt, waren glaube ich auch sehr variabel im Zentrum. Das ist auch notwendig in der Defensive gewesen gegen dieses variables Spiel von Kiel. Dazu kommt, dass das Kiel natürlich erfahrungsgemäß sehr ball-sicher ist. Das war klar, dass wir jede Menge Arbeit heute haben werden. Aber das haben wir uns vorgenommen, das habe ich der Mannschaft auch gesagt, die Basis, die Pflicht ist die Arbeit gegen den Ball. Die Kür sind dann die Situationen, wo wir die Bälle erobern, wo wir nach vorne umschalten können. Ich glaube, dass wir die Räume insgesamt über weite Strecken gut zugestellt haben, gut verteidigt haben und auch unsere Konter vor allem in der ersten Halbzeit dann auch genutzt haben zum 1-0. Aus dem Eckball für Kiel schaffen wir es gut umzuschalten. Ein perfekter Ball von Kühli von außen auf dem Kleindienst, der sich da durchsetzt und mit Wille dieses Tor unbedingt machen will. Danach, glaube ich, eine gute Chance für Kiel. Aber die Beste dann in der Situation, die hatten wir wieder, eine 2-gegen-1-Situation wieder ähnlich, wie wir es im vergangenen Spiel gehabt haben. Da können wir oder müssen wir vielleicht sogar 2-0 in Führung gehen. Das müssen wir definitiv besser ausspielen. Und 2. Halbzeit war klar, dass Kiel alles versuchen wird, ähnlich wie es in Bochum war. Da haben sie dann auch nach dem 2-0-Rückstand viel investiert, sind zu Chancen gekommen, haben das Tor gemacht. Und natürlich konnten wir nicht jede Chance verteidigen, aber ich denke, wir haben heute extrem gut verteidigt. Es war immer jemand da, wir haben uns gegenseitig geholfen, hatten eine gute Raumaufteilung. Und die wenigen Sachen, die im 16er waren, da haben wir dann auch gut bereinigen können. Ein bisschen ärgerlich in der 2. Halbzeit. Wir hatten im Ansatz richtig gute Konterchancen, aber zu wenig Abschlüsse in der 2. Halbzeit. Aber am Ende zählt das Ergebnis, wie in den letzten Spielen auch. Diesmal haben wir wieder zu 0 gespielt, haben das entscheidende Tor gemacht und haben uns über Leidenschaft den Sieg heute absolut verdient. Vielen Dank, Frank. Soweit und jetzt die Fragen der Journalisten im Stadion. Den Anfang macht Timo Lemmer, hört für den Kicker. Glückwunsch zum Sieg, Frank. War das die Reaktion, die du von deiner Mannschaft nach Samstag erwartet hast? Ja, definitiv. Auch wenn es Hamburg und Fürth zwei Top-Teams waren und mit Kiel es der nächste Top-Gegner war. Ich habe es ja schon gesagt, für uns ärgerlich. In Hamburg haben wir verdient verloren. Und ich bleibe dabei, in Fürth sind wir 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, dann wäre das Spiel anders gelaufen. Ist aber nicht, wir haben es verloren. Heute machen wir dann das Tor. Hat auch gezählt. Das war auch wichtig. Und ich glaube, man hat es ja insgesamt gesehen, dass die Mannschaft bereit war, das bedingungslos umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben unheimlich viel laufen müssen. Das hat jeder alles investiert. Jeder hat sich gegenseitig gepusht. Und ich glaube, trotzdem, obwohl wir nicht jeden Konter zu Ende gespielt haben, war immer auch eine gewisse Gefahr dabei. Natürlich wäre es schöner gewesen und hätte man ein bisschen weniger defensiv zu tun gehabt, wenn wir den einen oder anderen Ball nicht so schnell verloren hätten. Wenn wir dann ein bisschen Ruhe gehabt hätten, länger im Ballbesitz zu bleiben. Aber nochmal, heute war wieder ein Top-Gegner, gegen den wir gespielt haben. Und am Ende, wie gesagt, glaube ich, dass die Art und Weise, die uns zum Sieg gebracht hat, das Entscheidende ist. Und wo ich auch der Mannschaft ein Riesenkompliment machen will. Eine zweite Frage von Timo Lemmerhurt. Dennis Tumala war heute tiefer aufgestellt und wusste zu überzeugen, welcher Plan deinerseits steckte dahinter und hat er dich auch überzeugt? Ja, zunächst mal war klar, Kiel im 4-3-3 mit zwei hohen und breiten Achtern, die sehr hoch stehen, die man natürlich verteidigen muss. Wo man nicht durch Verschieben ständig hinbekommt, die Räume zuzubekommen. Mir war es wichtig, Erfahrung letztendlich da auch in die Positionen vor der Viererkette hinzubekommen. Ich habe den Dennis schon immer mal wieder während des Spiels eine Position zurück oder zwei Positionen zurückgezogen. Heute von Anfang an, weil es mir einfach wichtig war, einen erfahrenen Spieler auch auf der Position zu haben, mit einer gewissen Kopfballstärke und auch Ballsicherheit. Und zusammen mit Schöppi, finde ich, haben beide, ja, muss vorsichtig sein, aber ein richtig gutes Spiel gemacht. Will jetzt da nicht zu viel loben, aber wie gesagt, die haben gut harmoniert. Haben da über weite Strecken Mühling und Porath und später nach dem Wechsel auch die nächsten Gegner gut verteidigt. Und deswegen, ja, war er heute tiefer, hat quasi auf einer sechster Position gespielt. Wäre schön gewesen, wenn wir ihn in der Offensive weiter nach vorne bekommen hätten, aber da waren wir einfach zu sehr gebunden heute. Dann kommen wir zu den Fragen von Bernie mit Post von den Aller Nachrichten. Du hast es gerade angedeutet, trotzdem die Frage. Jan Schöppner hat es gut gemacht im Duell mit Kiel Stee. Wie hast du seine Leistung gesehen? Ja, richtig gut. Ich glaube, es war sein bestes Spiel bis jetzt für uns. Sehr laufstark, sehr präsent, auch am Ball immer wieder sich gut eingeschalten. Auch eine Ruhe. Ich glaube, wahrscheinlich die beste Passquote bei uns auch vielleicht mit den Innenverteidigern zusammen. So die Wahrnehmung zumindest von mir. Und man muss ihm, wie gesagt, ein Riesenkompliment machen. Als junger Spieler, der letztes Jahr noch Regionalliga gespielt hat, kriegt er absoluten Fleißkart hin und wirklich auch die Komplimente für eine sehr gute Leistung. Und abschließend nochmal, Benjamin Post. Endlich die magischen 40 Punkte geknackt. Gibt es eine nächste Marke? Ja gut, was heißt endlich? Es hat jetzt drei Spiele gedauert. Wir waren ja davor vor den zwei Niederlagen, haben wir gut gepunktet. Aber in der Tat ist es so, wenn man dann auf 39 hängt, dann zweimal verliert, dann ist das ärgerlich. Dann nervt es auch. Insofern war das heute wichtig, da die Punkte zu holen. Und ja, wir können nicht jede Woche neue Ziele ausgeben. Ich glaube, wir wissen, dass wir nach der verpassten Relegation, das darf man jetzt vielleicht auch ein bisschen ausführlicher beantworten, nach der verpassten Relegation ohne Niederlage, nicht in die Bundesliga aufzusteigen, wieder ein Umbruch. Ich habe es ja oft betont, aber ich sage es an der Stelle einfach nochmal, dass das gar nicht so einfach ist. Wo man dann einfach wieder ein paar Schritte zurückgehen muss, wieder sich neu aufstellen muss. Und dann dauert es auch eine gewisse Zeit. Aber dass wir jetzt sieben Spieltage vor Schluss und den sicheren Klassenerhalt haben, das ist erstmal wirklich ein Riesenverdienst von der Mannschaft, aber auch vom ganzen Staff. Und wir spielen jetzt in Hannover. Ich glaube, jeder hat gesehen, die waren 3-0 hinten gegen Hamburg. Wir haben dann aber noch ein 3-3 gemacht. Dann weiß man, was auf uns zukommt, jede Menge Qualität dann auch und Erfahrung. Und das heißt jetzt einfach in der englischen Woche, das zu regenerieren. Und das Ziel ist einfach, uns bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten. Und natürlich auch ein gutes Ergebnis in Hannover zu erzielen. Und weiter möchte ich jetzt noch nicht schauen. Ja, Maren, vielen Dank. Glückwunsch an Heidenheim. Hallo von meiner Seite. Ja, sehr, sehr bittere Niederlage für uns, weil wir, glaube ich, insgesamt heute nicht die schlechtere Mannschaft waren. Ganz im Gegenteil, haben uns eigentlich relativ gut im Spiel zurechtgefunden. Zu Beginn dann leider, ja, nach einer eigenen Standardsituation das Gegentor bekommen. Unnötigerweise, auch ein bisschen unglücklich, dann hinten raus im Strafraum selbst, weil wir den Ball eigentlich schon haben, wenn der nochmal dem Gegner vor die Füße springt. Danach haben wir einen Bruch im Spiel. Das muss man schon so sagen. Haben uns eigentlich erst kurz vor der Halbzeit wieder gefangen. Aber dann haben wir insgesamt dann eben in der zweiten Halbzeit ein paar Dinge geändert. Auch in der Halbzeit ein paar Dinge angesprochen und insgesamt besser gespielt. Was die Spielkontrolle angeht, insgesamt nicht mehr allzu viel zugelassen. Auch nicht mehr viel an Kontermöglichkeiten bis in die letzte Viertelstunde zugelassen. Aber was uns heute abgegangen ist, und das muss man auch klar sagen, ist eben, dass wir im letzten Drittel natürlich viel zu wenig Torgefahr erzeugt haben. Wir haben insgesamt schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Wenn ich an den Kopfball von Josch denke, wenn ich an den Schuss von Fabi denke, den Schuss von Benni aus 20 Metern, aber insgesamt ist es für die Dominanz, die wir im Ballbesitz hatten, dann zu wenig, was an Torgefahr dabei rumgekommen ist. Und insofern müssen wir diese bittere Pille, die es zweifelsohne heute ist, weil meine Mannschaft alles investiert hat, weil sie die zweite Halbzeit wirklich bis zum Letzten wirklich alles gegeben hat und sich komplett verausgabt hat hier, ist es deshalb bitter, weil wir vielleicht uns mit diesem einen Tor hätten noch belohnen müssen. Aber Fakt ist nochmal, dass wir uns in dem Bereich erheblich steigern müssen. Das Problem dabei ist ein bisschen die Trainingszeit, die uns zur Verfügung steht. Die ist einfach aufgrund dessen, was an Programmen uns noch vor der Brust ist oder was jetzt auch die letzten Tage an Programmen da war, sehr knapp bemessen. Und trotzdem müssen wir es so nehmen. Und das heißt eben jetzt, Kopf frei kriegen, die Sachen auch aus den Klamotten schütteln, so gut es eben geht. Die Enttäuschung ist groß, das ist klar. Und trotzdem haben wir eben mit ein paar Umständen zu kämpfen, die wir uns alle anders gewünscht hätten. Und es gilt damit, positiv umzugehen, einen Blick nach vorne zu richten und nach Möglichkeit eben in Regensburg die kämpferische Leistung mit rüberzunehmen, die wir heute gebracht haben, insbesondere in Tournee genauer zu werden, besser zu werden und uns auch wieder mit Punkten zu belohnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole. Dann habe ich noch zwei Fragen von Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten geschickt bekommen. Als erstes, nach ordentlichen ersten Minuten hat die Mannschaft erneut strukturelle Probleme gezeigt. Erst nach dem Seitenwechsel sahen die Abläufe dann besser aus. War das ein Spiegelbild des Bochum-Spiels oder hast du eine Steigerung erkannt? Ja, ich habe schon eine Steigerung insofern erkannt, als dass wir jetzt nicht eine Halbzeit hinterher gelaufen sind, wie es in Bochum der Fall war, sondern dass wir insgesamt eigentlich das Spiel fast in allen Phasen zumindest mal auf Augenhöhe gestalten konnten. In den meisten Phasen des Spiels sogar, wenn man es über 90 Minuten sieht, eher die Mannschaft war, die das Spiel auch dominieren konnte. Nochmal, das bringt dir alles herzlich wenig, wenn du es nicht schaffst, daraus mehr Kapital zu schlagen in Form von klaren Chancen oder halt dann auch in Form von Toren. Insofern war es für mich kein Spiegelbild, war ein anderes Spiel. Wir haben auch viele Dinge besser gemacht, aber im Kern stehen leider null Punkte da. Und ja, so wie ich es gesagt habe, es ist sicherlich so, dass man uns das anmerkt, dass eben hier und da Spritzigkeit fehlt, dass hier und da auch Abstimmung fehlt. Das war auch heute in einzelnen Phasen so, aber diese Phasen waren insgesamt kürzer als gegen Bochum. Und dann noch eine zweite Frage. In der Tiefe haben die Optionen gefehlt. Wie sehr fehlt euch in solchen Partien ein Spielertyp wie Janni Serra? Ja, ist offenkundig, dass uns im Zentrum eben ein Abnehmer für die Flanken, für die Bälle, die reingespielt wurden, in der Konsequenz dann gefehlt hat. Ja, ist sicherlich so, dass Janni, das ist bekannt, er, sage ich auch vom ersten Spieltag an, natürlich eine zentrale Rolle bei uns hat. Und dennoch glaube ich auch, dass die Jungs, die auf dem Platz standen, es insgesamt auch besser machen können. Ja, und jetzt ist es so, wir hoffen natürlich, dass Janni schnell wieder mit dabei ist, weil er uns einfach eine zusätzliche Option in dem Bereich gibt. Ja, wir müssen aber auch von den Jungs verlangen, die jetzt anstattdessen auf dem Platz stehen, dass wir es besser machen. Ja, und das ist, das kommt beides zusammen. Aber natürlich fehlt uns jeder Spieler, jeder Spieler in diesem Rhythmus sowieso. Und insbesondere jetzt auch, was die Frage im letzten Drittel angeht, fehlt natürlich ein Spielertyp wie Janni Serra, weil wir den halt nur einmal im Kader haben. Okay. 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 Okay.